Mein Name ist Peter Gaussi. Ich bin Zahnarzt aus Hamburg-Bramfeld. Unsere Praxis gibt es nunmehr im 25. Jahr und ich betreibe sie mit zwei Kollegen, einem Mann und einer Frau. Wir haben uns in Teilgebieten der Zahnheilkunde spezialisiert. Mein Spezialgebiet ist die zahnärztliche Implantologie und ich betreibe diese auch nun nach über 20 Jahren noch mit viel Freude. Das ist die OP-Planung. Es sollte ein Implantat gesetzt werden bei einem ausreichend guten knöchernen Angebot. Die Software hat ergeben, dass wir ein 4,8er Implantat in der Länge von 12,5 mm setzen. Die Operation hatte aber auch eine Peri-Implantitis-Behandlung auf der rechten Seite an einem Allioloco gesetzten Implantat. 1,3 beinhaltet das auch, wo wir eine Knochentransplantation durchgeführt haben, um den fehlenden Knochen auf der vestibulären Seite zu ersetzen. So, ein Pass in der Schiene. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Antitisbehandlung. Das einteilige Implantat hatte in den oberen drei Gewindegängen einen deutlichen Knochenabbau, sodass die Gewindegänge frei lagen und wir uns dazu entschlossen zu haben, eine Politur durchzuführen. Das ist jetzt präoperativ schon gemacht worden. Und jetzt wollen wir noch die freiliegenden, von Knochen bedeckten Gewindegängen im mittleren Bereich abdecken mit Knochen und den gewinnen wir aus der Region hier in diesem Bereich. Dazu brauchen wir einen Knochen in einer Länge von ca. 8 mm x 5 mm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das Knochenfragment. Und das wollen wir hier draufsetzen irgendwo. So, wir verwenden sehr gerne das Eigenknochen für die Transplantation und auch für die Augmentation, weil es das niedrigste allergene Potential hat und sowohl eine osteokonduktive Wirkung hat, anders als die Knochenersatzmaterialien. Zur Fixation nehmen wir Minischrauben. Da natürlich sehr vorsichtig gearbeitet werden muss, weil wir weder das Instantat noch den Zahn verletzen wollen. So, und wichtig ist, dass der Knochen fixiert ist. Aber beim reinschrauben nicht bricht. Wenn man das mit einem Drehmoment gesteuerten Motor macht, dann ist das eigentlich eine ganz verlässliche Sache. So, jetzt werden die Kanten noch entfernt. Jetzt transplantieren wir noch ein ganz klein wenig Knochen um die Sprache. Weiterhin mal aufzufüllen. Das ist das gleiche. Und dann möglichst einen Rundverschluss mit dünnem Farben, kleinen Nadel, extra dramatisch. So, ziehen wir auf diese Seite jetzt zunächst einmal einen Ratscheil, die Verhältnisse um das Implantat herum. Das heißt, die provisorische Versorgung wird in jedem Fall superdigival gelegt. Der Einsatz der Bohrschablone und der Planung durch die Maginatsoftware zeigt, dass exakt wie in der Planung durchgeführt das Implantat gesetzt werden konnte. Von der Patientin aus gesehen rechten Seite sieht man auch noch die kleine Schraube, welche zur Fixation des Knochenblocks diente. Von der Patientin aus gesehen rechten Seite